Blick, wenn ich es schaffe, möchte ich das jetzt jede Woche in der kommenden Zeit machen, kurz sagen, was ich gelernt habe in der letzten Woche, was für Erfahrungen ich gemacht habe und um das vielleicht ein bisschen noch attraktiver zu gestalten, wenn ich jetzt schon ein bisschen so ein Digi-Influencer bin, da muss man auch gewisse Dinge tun, also ich mache sowas wie eine Verlosung, ich weiß nicht, was man da rechtlich genau machen muss und zwar möchte ich die Verlosung mit dem Gedanken einleiten, wenn ihr hier mal drauf guckt, dann seht ihr hier, das ist so eine digitale Bildungslandschaft, die wir für unser Buch gemacht haben, das Buch heisst Routenplaner Digitale Bildung, dieses Buch verlose ich, nämlich drei Exemplare, ich sage auch gleich, wie ihr es bekommt und hier auf dieser genialen Karte seht ihr schon ein bisschen diese Bildungslandschaft, also wir haben einen Kontrollverlust der ist eingezeichnet, dann haben wir die Lehrstation, die Lernstation, die Lehrstation, die Medienkompetenz Arena und auch wenn wir nicht mehr so richtig rausgehen können und ich jetzt auch hier so in meinem Büro oft gesteckt habe, um diese Videos aufzunehmen, um Unterricht zu gestalten für die Schülerinnen und Schüler, dann haben wir uns doch quasi virtuell auf all diesen Schauplätzen befunden und wo ich jetzt euch bitten würde für dieses Preis ausschreiben, wenn ihr so ein Buch haben möchtet, ich verschicke die gerne an die drei Personen, die mir Ideen geben, wozu ich weitere Videos machen könnte, wenn ihr Anleitungen möchtet, wenn ihr meine Gedanken hören möchtet, dann kommentiert das hier unten, kommentiert das so, dass ich euch irgendwie erreichen kann und dann eure Adresse, sehr, sehr auf Privatumwege zu bekommen, die ersten drei Videos, die ich auch wirklich mache dann, zu denen ich Lust habe, dafür schicke ich dann gerne so ein Buch. Gut, also wir haben jetzt ganz viele solche Erfahrungen gemacht und zunächst muss ich sagen, dass ich gestern einfach sehr, sehr müde war nach all dem. Ich finde diese Distanzlernsequenzen, die Gefährdunterricht mit meinen Klassen, die sind anstrengend. Ich versuche so ein bisschen bei allen den Puls zu fühlen, wo stehen sie und habe da immer im Hinterkopf auch die Angst, dass es Schülerinnen und Schüler nicht so besonders gut geht. Das ist auch etwas, was sie teilweise ausdrücken, dass sie sagen, es ist jetzt zu Hause nicht so einfach, auf so engem Raum vielleicht zu sein, dass die Eltern mir genau zusehen, wie ich lerne, dass sie vielleicht ihre Vorstellungen dann auch auf mich übertragen und ich nicht an einem anderen Ort bin. Und so die Erziehungsfunktion der Eltern und die Lernbegleitfunktion von vielleicht Amateurinnen und Amateuren da plötzlich verschmelzen. Und dann gibt es aber auch viele Schülerinnen und Schüler, die psychische Probleme haben, die vielleicht auch aus Therapiesettings gerissen worden sind in der letzten Zeit, die vielleicht auch Eltern haben oder Geschwister, die Probleme haben, denen sie nicht mehr ausweichen können. Und das ist schon eine Belastung, so wie sich das vorzustellen, zu denken, ja was könnte ich jetzt machen, wenn ich ein bisschen Unterricht mit ihnen mache über Videokonferenz, über Mail. Nicht so einfach. Und wenn diese Settings dann ablaufen, dann bin ich sehr oft so in der Situation, ganz viel Feedback geben zu müssen. Ich habe den Eindruck, ich müsste jetzt so viele eins zu eins betreuen. Und das häuft so ein Pendenzenberg an, dass ich gar nicht mehr alles abarbeiten kann, weil ich gleichzeitig mir überlegen muss, wie bereite ich den Unterricht für nächste Woche vor, wie erledige ich alle diese Schreibschulden, diese Feedbackschulden, die ich noch habe. Und das ist dann so die ganz grosse Erkenntnis, ich muss versuchen zu reduzieren und ich darf auch keine Angst haben, bei den Klassen wenige verbindliche Anlässe zu setzen, vielleicht auch die Anforderungen etwas runterzuschrauben. Nicht gerade so die ganz tollen, super Projekte anzureissen, die dann so auch Strahlkraft haben, sondern einfach mal versuchen, ich bin noch da, Sie sind noch da, ich gebe Ihnen eine Idee, was Sie machen könnten, wenn Sie Zeit haben. Wenn Sie es nicht machen können, nicht so schlimm. Wenn Sie es erst später machen können, auch nicht so schlimm. Wenn ich erst später Feedback geben kann, alles nicht so schlimm. Ich glaube, das ist so wie der erste Schritt. Das Zweite ist, dass ich eine enorme Solidarität spüre, auch von Eltern, auch von anderen Lehrkräften, die versuchen Angebote auf die Beine zu stellen. Da entsteht gerade wahnsinnig viel Tolles und auch hier, so nett das ist und so viel jetzt auch plötzlich möglich ist, so stark jetzt auch so ein bisschen dieser Hemmschuh wegfällt, dass man sagt, ja, aber wie geht das jetzt vom Datenschutz her oder sollen wir überhaupt, können wir es nicht vielleicht auch lassen, diese Digitalisierung. All diese Fragen stellen sich im Moment nicht, wir können mal ein bisschen vorwärts machen, das ist befreiend und andererseits ist auch die Versuchung dann da, dass wir uns ein bisschen überfordern, wenn wir denken, wir machen jetzt ganz tolle zeitgemäße Projekte auf der Höhe der Technologie, da muss immer alles funktionieren und da auch vielleicht eine Stufe zurückgehen und sagen, wir versuchen mal was, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Da habe ich dann auch ganz oft gesagt, die große Chance an dieser Krise ist, dass wir Fehler machen aus meiner Sicht, das wäre so der dritte Punkt, dass wir merken, was nicht funktioniert und dass wir merken, Fehler zu machen ist gar nicht schlimm, dass es zu dieser digitalen Arbeitsweise, auch zu zeitgemässen Arbeitsformen dazugehört, Fehler bewusst zu machen, zu Fehlern zu stehen und dann auch aus Fehlern zu lernen. Und wenn sich das einstellt, dass man sagt, es muss nicht immer alles perfekt sein, es muss nicht immer alles funktionieren, wie vorbereitet, sondern versuch es mal, mach es mal agil, improvisiere ein bisschen und dann merkst du, funktioniert es, funktioniert es nicht, dann gehen wir einen Schritt weiter. Und so ist auch dieser YouTube-Kanal entstanden, ich habe den Donnerstag gespürt, da wird einiges auf uns zukommen, ich mag mal was und ihr seht ja, das Ganze ist total improvisiert und das funktioniert soweit ganz gut. Ich kriege tolles Feedback und kriege tolle Fragen auch zugespielt und ich denke, ich kann auch ein bisschen unterstützen und das gibt mir auch so einen positiven Outlook. Ich habe den Eindruck, ich kann was tun im Moment und das ist sicher auch für die Schülerinnen und Schüler wichtig, dieses Gefühl zu haben, nicht einfach so ein bisschen passiv durch diese Krise geschleift zu werden, mit Arbeitsblättern, die sie ausfüllen müssen und die sie irgendwie gar nicht richtig schaffen oder wo sie gar nicht richtig verstehen, was jetzt eigentlich gefragt ist. Und das wäre so, der letzte Punkt vielleicht ist ja, dass natürlich alle anderen Mechanismen weiterhin spielen, wenn ihr so ein bisschen das Twitter-Leod immer verfolgt habt, da gibt es kritische Fraktionen und es gibt die IT-Fachleute, die ganz tolle Lösungen auf die Beine stellen und es gibt die, die eher psychologisch argumentieren und versuchen, alle dabei zu halten und so weiter. Also es gibt Leute, die kommen aus ganz unterschiedlichen Situationen in diese Settings rein und das verschwindet jetzt nicht, weil Corona-Krise ist, sondern manchmal verstärkt sich das und es braucht eine gewisse Gelassenheit, es braucht auch eine gewisse Toleranz anderen gegenüber. Ich denke ganz generell, wenn wir diese Krise durchlaufen, wir müssen uns bewusst machen, wir sind in bestimmten Situationen, also ich bin jetzt hier in diesem Büro, ich kann gewisse Dinge, ich habe schon gewisse Dinge vorher gemacht und andere funktionieren ganz anders und wir müssen merken, wie Menschen sich verhalten, die Meinungen, die sie äussern, das ist bedingt durch das Leben, das sie führen und wenn wir es uns in ihre Schuhe stellen würden, dann würde das Leben anders aussehen. Wir hätten auch andere Meinungen, andere sind nicht dumm oder unfähig oder böse, sondern oft haben sie andere Erfahrungen gemacht und so handeln sie auch. Also ein Aufruf an euch, seid tolerant, seid nett zueinander und senkt die Ansprüche an euch und auch die Ansprüche an anderen, macht Fehler und lernt daraus. Danke fürs Zuschauen, das war der erste Wochenrückblick. Wie gesagt, was möchtet ihr gerne hören im Kanal, wenn da gute Ideen reinkommen, mache ich gerne.